Willkommen zurück in einer 15 Minuten Scarlet Blade Vollbild von Anus? Ne, Janus Battle. Und da fängt wieder... Ja, mach nochmal, komm. Komm, mach nochmal. Ja, ja, ja. Ja, komm, hier für alle Zuschauer. So, bitteschön. So, ja, wir haben uns gerade mal gemeldet im Janus Battle und ja, wir sind bereit. Da gibt es eine viel geilere Pose, das habe ich im Battle immer gemacht. Ich habe mich auf eine hohe Stelle gestellt und da stellt sich der Whipper hin, dreht sich um, klopft sich auf den Arsch, also in Gegner Richtung und sportet den Gegner. Die Pose ist so heftig. Gerade mal auf wen die alle gegangen sind in den Battle. Auf den, ne? Ja, nur noch auf mich und das den ganzen Kampf über. Ich fand's zu geil, weil ich hab natürlich Ziele gehabt, die ich angreifen konnte. Tja, die waren halt alle geil auf deinen Arsch, so. 2 Sekunden? Ich könnte rein. Ja, kann, mach. Mach, mach, mach. Ich würde gerne das linke Motorrad haben, das sieht voll cool aus. Aber das kostet ja wahrscheinlich mit echtem Geld. Ja, oder für einen anderen Spiel haben kein Gold. So, komm mal an die Seite. Bist du, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, bin ich. Hauptsache aus der Meute raus. So, in Weit, okay. Komm rein. Bin. Gut. In Weit. Oh, ich glaub das wird ein 5 gegen 5. Das sind sehr wenig Leute. Na, das passt doch mal. Nicht so viel Action. Nicht so viel Action. Äh, wir wollen, sind voll die langweiler jetzt hier. Wir machen hier nur langweilige Sachen. Ich steig schon mal aufs Motorrad. Das brauchst du hier gar nicht. Die Map ist klein. Ich steig halt da aus. Mach ich halt. So, perfekt sind auch 6 geworden. Ja, 6 Spieler. Ah, ne, doch nicht. Das letzte Team, da hat wir als Team verlassen. Scheiße. Bin grad zurückgesprungen worden, also zurückgeflogen, also wurde wir zurückgeflogen. Ach, wie sagt man das? War kein Fehler im Spiel und auf jeden Fall bin ich wieder zurück. So, egal. Das macht mir netter. Ne? Da, da wollte grad einer angreifen. So einen. Da macht schon jemand Terror bei den Gegnern. Ich glaub ich mach mal mit. Mach das. Ich komm mal mit in den Turm so mit. Ja. Oh, jetzt muss ich auch mal hier weg, sonst geht's all auf mich. So, tu mir zum Mars. Ja. Ich weiß. Ja. Dazu gestehen's alle. Ja, fangen wir mal an. Ja, zum nächsten Turm. So. Ach so, okay. Ich bin schon dort. Ich nicht. Ich bin schon beim Turm. Welche Seite? Links, rechts? Lang. Das sind wir so lange brauchen zum Aufstehen. Zum Aufsetzen. Aufstehen. Ding, ding, ding. Oh, ich hab noch mal eingeladen. Komm, du nehmtest du einfach an. Wo ist der jetzt keine? Das ist ein A jetzt selbst gemessen. Das ist krass. Da sind wir die ganze Zeit jetzt humor zu zweit. Ne, Team waren von Anfang an gleiche. Nur wir sind keine 6. Hm. Also keine voll besetzte Gruppe. Aber. Mano. Bin dort. Was? Zwei Kills? Haben wir schon? Wir haben 6. Okay. Jetzt auf die rechte Seite, ja? Ha, da will mich einer verarschen. Haha. Der stellt sich zu den Garten und hofft, dass ich ihm nachkomme. Ich weiß grad nicht mal wo alle sind. In der Mitte oder wie? Ja. In der Mitte. Okay. Wieso finde ich hier keine? Was ist eigentlich genug? Es war wieder genau. Ah. Rang 5 diesmal. Oh, ich bin Rang 9. Was ist mit dir los? Haha. Äh. So kenne ich dich gar nicht. Haha. Muss ruhig sein. Haha. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. So. Dann kann ich jedes Mal bloß. Das ist Katastrophe. Was kannst du bloß? Wenn ich meistens einen Gegner vor mir habe. Dann kann ich meistens von der Töte, Töte Hand jedes Mal. Was kannst du dir? Ich tap nochmal. Statt des Schwerbs kommt jedes Mal nur eine Töte Hand. Dann kann ich nie angreifen irgendwie. Weil da zu viele vor mir liegen. Oh, wähl die doch nicht mit der Maus aus. Wähl die mit Tap aus. Mit Tap. Tap, Tap. Tap, Tap. Tap, Tap. Das ist links von Q. Ja, jetzt weiß ich schon. Wechsel so zwischen den Gegnern durch. Ah, stimmt. Das ist genau das, was mir aufgefallen ist. Das ist der, äh, dein Fehler in den Battles. Was sind wir? Ja, ich drück Tap, aber passiert nichts. Du musst halt auch noch eingreifen, ne? Ja, wenn er mal angreifen würde. Ich hab grad ungescheid, dann kam keine Dings-Meldung oder so. Nix. Irgendwas mal angreifen. So, jetzt bin ich auf Gang 5. Auf welchen Rang bist du jetzt? Sieben. Okay. Ich hab die ganze Zeit Tap gedrückt, aber, und ich hab Tap, weißt, ich hab die Tap-Taste, und dann 1, 2, 3 oder so gedrückt, halt zum Angreifen. Die stand bloß da, die stand bloß da und hat nicht mal reagiert. Muss man nicht alles können. Naja, egal, 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 egal. Soll es ja vorbei jetzt sein. Haben wir eigentlich gewonnen oder verloren? Es ist noch 7 Minuten. Okay. Ich hab 6 Kills bis jetzt. Aber bei mir kam grad die Rangliste, wie bei mir jetzt muss es vorbei sein. Ja, die kommt manchmal hoch. Achso. Warum, weiß ich nicht. Ich würd eh gern wissen, wie man die einblendet. Das gibt ja ne Taste dafür. Nur ich krieg's nie hin. Rang 4. Ah, jetzt könnt's, jetzt könnt's auch mal die Cyber-Skin-Arme ausprobieren. Ich? Ja. Äh, das VDX haste, ne? Ja, genau. Äh, das sieht ja komisch aus. Null. 11 Kills. Immer noch ein 4. Halt, hier hab ich noch an. Okay. Das cool ist, mit der Cyber-Skin-Armor rennst du schneller. Du kannst praktisch von dem Startpunkt aus in die Cyber-Skin-Armor, und an der Front dann wechseln, in dein Mech. Das klappt eigentlich ganz gut. Naja. Monster-Kill. Der hat ja Monster-Kill gelegt. Welches sein? Naja. 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 Ich glaub nicht auf den Pilz drauf an, was für einen Rang du hast. Naja. Auf die Punkte halt. Ah. Ich hab auch den nächsten Rang jetzt, fällt mir grad auf. Den nächsten Rang? Naja. 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 Da kommen sie alle. Da geh ich nicht alleine hin. Niemals. Da würd ich erst recht alleine hingehen. Ja, da geh ich ja schneller raus, wie ich sehen kann. Da kann ich mehr austeilen. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich hasse das ja auch. Wenn die Fett nicht funktioniert, dann versuchst du's so, aber dann läuft die dann nur durch. Ey, wie dumm ey. Das ist echt blöd. Anstatt hier richtig mal zu kämpfen, nee, das ist echt blöd. Deswegen hasse ich eigentlich auch so was. ... ... ... ... ... ... ... ... Wurde bei's schon cool, ne? Hm? Wurde bei's schon cool, ne? ich habe das ganze Welt nicht mehr gesehen oh ich habe jetzt auch gerade Spielprobleme meine Tasten funktionieren nicht mehr oh sowas ist übel ich kann nicht mal mehr springen ah ist das kacke oh 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 ohne Scheiß ich kann gerade nicht mehr mit meinen Tasten spielen oh ist das übel das kann doch nicht vorfallen rennen und rennen und rennen und rennen du 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 Was für viel SP, hä? Äh, CP, hä? Du weißt, dass ich nur... Ach, mich hat doch neulich einmal einer drauf angesprochen, dass ich immer mit dem Mech rumrenne. Ah, nun bewegt dich doch! Oh, scheiße, jetzt hab ich... Mein Ding sogar komplett aus dem... Oh, Gott! Egal, so, ist vorbei. Ich hab grad ne Fähigkeit... Rang 3, okay, das passt so. Ich hab grad ne Fähigkeit aus meinem Ding rausgezogen. Okay, naja, so lange bin ich... Ich bin mir nicht letzter, ist schon mal gut. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, meine lieben Freunde, das war die letzte Folge für diese Woche. Nächste Folgen in nächster Woche wieder. Also, dann... Oh, ausschrecken. Reward, yes. So. Dann gehen wir mal schon schnell zurück. Na, komm. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Ciao. Oh, dann habe ich du auch, ne? Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Okay, also dann hat Spaß, äh, ja, okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schön kommentieren und liken, ne? So, und, ne? Okay, also, tschüss. Ciao.